Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen. In meinem heutigen kurzen Video spreche ich über die Gefahren von Whataboutism und deren zunehmende Verbreitung. Whataboutism ist ein rhetorisches Stilmittel, das gerne in politischen Debatten, sozialen Medien oder auch persönlichen Gesprächen auftaucht. Dabei übergeht man einfach eine formulierte Kritik oder Frage und antwortet mit einer Gegenfrage oder verweist auf einen anderen Aspekt, der einen Missstand auf der anderen Seite aufzeigt. Zum Beispiel A sagt, ich finde es wichtig, dass wir auf Nachhaltigkeit achten und den CO2-Ausstoß weiter reduzieren. B reagiert und sagt, und was ist mit China und Indien? Die sind viel schlimmer als wir. Whataboutism ist eine Form des logischen Fehlschlusses, to quoque, lateinisch du auch, der versucht, die Position des Gegners zu diskreditieren, indem er seine Heuchelei oder Inkonsistenz aufzeigt. Das Ziel ist oft, von dem eigentlichen Thema abzulenken oder die Rechtfertigung für die Kritik zu untergraben. Whataboutism beeinflusst unsere Kommunikation auch im Business, vor allem wenn es um ethische, soziale oder auch moralische Fragen geht. Zum Beispiel A sagt, ich bin der Meinung, wir sollten unsere Mitarbeiter fairer behandeln und ihnen mehr Mitspracherecht geben. B reagiert und sagt, und was ist mit unseren Konkurrenten? Die zahlen ihren Mitarbeitenden noch weniger und haben noch strengere Regeln. Whataboutism führt zu einer Verschlechterung der Gesprächskultur, da es den Respekt und das Verständnis für die andere Seite untergräbt. Es mündet schnell in eine Vermeidung von Verantwortung und in eine Verharmlosung von Problemen. Wie erkennen Sie Whataboutism und reagieren darauf? Hier ein paar kurze Empfehlungen. Bleiben Sie beim Thema. Lassen Sie sich weniger von dem ursprünglichen Thema abbringen und bestehen Sie darauf, dass der Punkt zuerst geklärt wird, bevor Sie zum nächsten Punkt kommen. Fragen Sie, aus welchem Grund? Stellen Sie eine Gegenfrage, die die Relevanz des Whataboutism hinterfragt. Zum Beispiel, aus welchem Grund ist das eine wichtiger als das andere? Nutzen Sie Logik, Informationen und Fakten. Versuchen Sie, Whataboutism logisch und faktenbasiert zu widerlegen. Zeigen Sie auf, dass der Whataboutism das ursprüngliche Problem, statt es zu lösen, weiter verschärft. Erkennen und benennen Sie die Taktik. Sagen Sie klar, dass Whataboutism stattfindet und dass Sie ihn als unangemessen empfinden. Entfernen Sie sich von der Idee der Perfektion. Akzeptieren Sie, dass es immer Verbesserungspotenzial gibt, also nobody perfect ist. Fordern Sie Verantwortung ein und seien Sie ein positives Beispiel für andere. Machen Sie klar, dass jeder für seine eigenen Handlungen verantwortlich ist und dass man sich nicht hinter anderen verstecken kann. Whataboutism ist eine häufige und schädliche Kommunikationsstrategie, die wir weiter im Blick halten sollten. Wenn wir sie erkennen und direkt reagieren, tragen wir alle zu einer besseren und konstruktiveren Gesprächskultur bei. Bei weiteren Fragen oder Anregungen schreiben Sie mir gerne einen Kommentar, rufen mich einfach an oder senden eine E-Mail an info-klartext.de. Wenn Sie Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation in Führung und Vertrieb interessieren, abonnieren Sie gerne meinen Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Vielen Dank im Voraus. Herzliche Grüße, Ihr Michael Friedrich.